hallo und herzlich willkommen liebe gaming freunde hier ist wieder mit einem weiteren wir zum go simulator 3 wir holen uns heute alle rampen und zwar genau in der reihenfolge wie sie sich hier abgebildet sind damit ihr dann genau wenn euch eine rampe fehlt einfach schauen können okay mir fehlt hier die dritte in der reihe dann gucke ich einfach bei rampe drei von sechs zum beispiel hier in diesem beispiel gesehen so solltet ihr alle rampen finden und das war's von mir ich danke euch für's dabei sein ich sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming ja 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 Oh, oh! 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 This is the end! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! 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 Das war's. Das war's. Das war's.